stellen uns vor wie es so ist in der 16 17 schwangerschaftswoche also ein fetus liegt nun dort und ist dabei sich zu entwickeln in der 16 17 woche der lebensraum des fetus ist warm aber sehr dunkel er ist sehr eingeschränkt in dem erfassen der welt das heißt also sehen geht noch nicht hören auch noch nicht weil das erst ab der 24 woche so langsam anläuft geruchs- und geschmackssensationen können auch noch nicht verarbeitet werden da ist noch nicht so viel mit der reizerfassung der welt und der gerade mal 13 cm große fetus schwebt nun also in diesem uteralen weltraum und wartet dass sich ein naturgesetz verwirklicht welches nämlich alles was wachsen soll muss auch stimuliert werden das ist ein naturgesetz und darauf vertraut dieser fetus genau in dieser phase nämlich 16 17 schwangerschaftswoche sprießen dem fetus auf einmal ganz viele kleine herrchen fünf bis sieben millimeter gerade mal lang das lanugo h entsteht und der gesamte körper wird davon bedeckt wozu das ganze lange zeit glaubte man das sei nur eine art schutzfunktion aber heute wissen wir dass die schutzfunktion nicht ausreicht zur erklärung denn jedes dieser herrchen ist über seinen folikel mit nervalen sensoren bestückt die sensoren reagieren nun auf die noch so kleinste bewegung dieser kleinen herrchen zu kleinen herrchen wenn sie nur ganz klein wenig sich abschern und schon gehen impuls salven an das gehirn das heißt das lanugo h kann man sich eher vorstellen wie eine unvorstellbare zahl an kleinen tast antennen und das gehirn das zuvor nicht sehr viele reize verarbeiten konnte das wird nun mit diesem trick der natur ja das erfährt nun eine dramatische sensibilität steigerung und diese ist notwendig für das wachstum und die entwicklung des nun hier sich ja langsam aber sicher etablierenden kindes also das heißt das ist ganz wichtig zu verstehen wenn man später sich noch mal vor augen führt wie unsere menschwertung abläuft das heißt also in der 16 bis 17 woche dient das lanugo h als eine art super verstärker des sensorischen inputs und das gehirn bekommt nur auf einmal von überall her aus dem gesamten körper den input über seine peripherie das ist schon mal das erste phänomen was sehr besonders ist und und was man erst voll seit wenigen jahren ist eigentlich so in dieser form verstanden hat aber es kommt noch etwas dazu nämlich in dieser phase entwickeln sich hirn strukturen wie zum beispiel die insula der hypothalamus und eine theorie besagt nun dass dieser massive input und von überall kommt dass der nicht nur dazu führt dass die körper repräsentanz im gehirn sich nun schön ausbilden kann sondern diese botschaften aus der periferie landen auch in der insula die insula ist ein limbisch kortikaler bereich also ein teil der großhirn rinde aber ein limbischer teil und der ist sehr stark verbunden mit körper erleben mit wohl befinden und mit 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 auch sagen dem sowohl dem angenehmen wie auch ungenehmen erleben innerer zustände und hier ist nun die dass dieser nun in dieser entwicklungsphase sich massiv einstellende ein strom aus der periferie ins gehirn in der insula eher ein wohl behagen generiert von dort aus der hypothalamus angeregt wird den parasympathikus zu aktivieren und genau in dieser entwicklungsphase ab der 16 woche kann auch der wundervolle botenstoff oxytocin nachgewiesen werden das berühmte bindungshormon ein hormon ein botenstoff im gehirn der für wohl behagen sorgt der die stressachse hemmt und der ein wohlgefühl ein vertrautheitsgefühl entstehen lässt also das heißt dieses kleine so unscheinbare lanugo haar dass man einfach so im buch gerne überliest wenn man denkt man gott wer braucht denn schon das flaumhaar wozu das ganze ist ein kleines wunderwerk der natur ab der 16 woche fängt es haar an zu sprießen mit ihm die haar follikel mit ihnen die sensorischen endigungen die um die haar follikel herum sich winden und es beginnt ab der 16 17 woche ein massiver ein strom sensibler fasern von all dieser beharrung das führt nicht nur zur zum starken aufbau der körper repräsentanz im gehirn sondern es sorgt auch über die insula dass dafür dass diese leichte bewegung des fruchtwassers das warme angenehme bewegen und der sensorische input der nun hier hinein strömt dass der er für ein wohlgefühl sorgt der parasympathikus wird aktiviert und im hypothalamus auf sozusagen impulse der insula hin wie das oxytocin gebildet und was entsteht ist so etwas wie ein natürlich völlig unbewusst laufendes aber doch tief verankertes urgefühl von wärme angenehmen wohlbefinden das heißt das was man später neuropsychologisch als konzept der nähe sich vorstellen kann das hat hier seine wurzeln das hat hier seine basis die tatsache dass wir berührung als angenehm empfinden dass sie uns ein gefühl von sicherheit vermittelt dass sie zu einem anstieg von parasympathischer aktivität und oxytocin führt dass das ein cocktail wird der uns beruhigt und uns uns wohlfühlen lässt diese basis wird gelegt in der 16 17 woche mit dem lanugo aber dann mit der 33 woche ungefähr 34 woche beginnt das haar dann langsam schon abzufallen es hat dann seine hauptfunktion nämlich schon erfüllt wer die hauptfunktion darin zu sehen einfach nur eine art schutz zu sein dann würde es nicht ausfallen vor der schon sechs sieben wochen vor der geburt heißt also die hauptfunktion so darf man annehmen ist tatsächlich der massive sensorische input der überras lanugo h ermöglicht wird ist das nicht genial dass das konzept von nähe und behaglichkeit ist hier schon in der 16 17 woche neurophysiologisch angelegt und wenn wir dann auf die welt kommen ist das konzept der nähe der bindung und des wohlbehagens mit einem anderen körper ist schon längst etabliert im gehirn und angefangen hat es mit dem lanugo h ist das nicht grandios sie werden nie wieder dieses wort lesen und einfach so darüber hinweg gleiten was die meisten nämlich tun es ist was ganz ganz besonderes und für unsere entwicklung etwas unschätzbar wertvolles willkommen bei encephalon schön dass sie bei uns reingeschaut haben hat ihnen der clip gefallen wenn ja unten im text finden sie links zu unseren online kursen für unterschiedliche medizinische fachdisziplinen unsere video vorlesungen werden stetig aktualisiert und erweitert das gleiche gilt für das umfangreiche skript material das zu jeder vorlesung zum downloaden zur verfügung steht mein name ist damen del monte und vielleicht sehen wir uns bald in einer der vorlesungen wieder